Mit Vibratoren haben wir in der IT ja nicht so häufig zu tun, doch das ändert sich zunehmend. Warum? Weil natürlich der Trend ganz klar in Richtung smarte Geräte geht, das heißt, die sind mit anderen Geräten verbunden, meist auch mit dem Internet und Buzzword des Jahrzehnts natürlich die Cloud. Das Ganze hat auch seine Schattenseiten, wie eine Nutzerin hier am eigenen Leibe erfahren hat. Sie sagt, dass sie ihren Vibrator an der USB-Buchse vom Computer laden wollte, weil der auch einen USB-Anschluss hat, das hat aber nicht so ganz funktioniert, zumindest nicht so, wie sie dachte. Nach dem Eröffnen vom Webbrowser wurde automatisch eine Datei heruntergeladen, die sie so nicht heruntergeladen hat. Die hat sie hier hochgeladen zur Analyse, weil sie eben wissen wollte, was ist da passiert. Das haben hier auf Reddit einige näher angeguckt und dazu auch von Maribytes, die haben dem einen ganzen Artikel gewidmet. Die Ergebnisse stehen hier weiter unten im Artikel. Es handelt sich um zwei Komponenten. Das erste ist eine XML-Bombe, mit der man den Browser zum Absturz bringen möchte. Wahrscheinlich als Verschleierungsmaßnahme für die eigentliche Mareware. Die wiederum hat sich nämlich darauf spezialisiert, um Anmeldedaten für zum Beispiel solche Kryptowallets, wo man dann virtuelle Währungen in diesem Wallet gespeichert hat, auszuspähen oder auch mit Browser-Erweiterungen da ihren Schindloader zu treiben. Die Supermarktkette, in der dieser Vibrator verkauft wurde, hat sich dazu geäußert, sagte aber nur, dass ihnen das Ganze bekannt ist und sie bisher keine weiteren Infos vorliegen haben. Einige Zeit später kam dann noch ein Nachtrag. Hier haben sie darauf hingewiesen, dass der Vibrator gar keine Daten übermitteln kann, weil USB hat ja verschiedene Pins für Daten und für Strom. Nur die für Strom sind hier wirklich angeschlossen, die für Daten sind nicht mit irgendwelchen Elementen im Vibrator verbunden. Das scheint der Darstellung von der Frau zu widersprechen. Die sagt hier, man hätte einen Vibrator Flash Drive, also einen Vibrator USB-Stick in der Art. Inzwischen wurde auch das Konto, mit dem sie das gepostet hatte, gelöscht und damit auch der Post. Das ist an sich nicht unüblich. Auf Reddit machen viele Leute sich so einen Weg konnten, gerade wenn es um sensibere Sachen geht, die sie nicht mit anderen in Verbindung bringen möchten. Es bleiben einige Sachen ungeklärt und man kann schwer beurteilen, ob das vielleicht eine ungewollte Falschinformation war, eine Überschneidung oder ob der wirklich verseucht ist. Die Gefahr ist dagegen reell. Wenn wir hier mal gucken, es gab solche Fälle schon im Jahre 2016, gerade bei Sexspielzeug einige. Ich habe hier nur mal ein paar rausgesucht. Hier ist zum einen das Gerät unsicher und sammelt auch noch Informationen über den Nutzer. Hier unten kann man das sehen, sobald man bei dem Vibrator die Stufe verändert, also die Intensität, dann werden hier Daten an den Hersteller in die Cloud geschickt, damit der das genau überwachen kann. Hier ist auch noch ein Bild mit drin, das ist das Gerät, das wird dann mit dem Handy verbunden. Fanden die Gerichte nicht so toll. Die haben alleine schon wegen dieser Erhebung von sensiblen Daten, die dort der Hersteller gesammelt hat, eine Strafe verhängt, und zwar 3,75 Millionen US-Dollar. Wer das noch nicht bedenklich genug findet, der findet hier den nächsten Hersteller, der das auf die Spitze getrieben hat. Der hat nämlich in das Gerät am anderen Ende eine Kamera eingebaut. Das heißt, man kann dem Benutzer bei der Benutzung zugucken. Natürlich alles mit dem Internet verbunden, die streamt live. Auch das ist noch nicht alles. Der Hersteller wurde hier mehrfach auf diese Sicherheitsmenge hingewiesen, hat aber einfach sich totgestellt und sich gedacht, sagen die Leute weiterhin das Zeug kaufen, ist doch mir egal, ist ja deren Problem. Ein weiterer Fall von 2018. Hier wollten Sicherheitsforscher generell gucken, wie sicher sind solche Sexspielzeuge. Sie haben sich zwei Geräte aus China geholt, eins aus Deutschland. Das aus Deutschland war aber so extrem unsicher, dass sie bloß noch das angeguckt haben. Dazu gibt es übrigens einen Vortrag beim Chaos Computer Club, den kann man sich hier angucken, geht eine halbe Stunde. Dieser deutsche Hersteller, der hat nicht nur gravierende Sicherheitsmängel im System gehabt, sondern auch ein gesamtes soziales Netzwerk mit dazu gebaut. Dummerweise lagen sensible Daten, wie zum Beispiel die Datenbank, Zugangsdaten auf dem Web-Server. Da könnte jeder mit ein bisschen Recherche darauf zugreifen. Auch die Passwörter waren dort im Klartext, also katastrophal. Wir haben hier genau gesagt zwei Probleme. Das erste ist einfach Schlamperei. Man bringt hier ein Produkt auf den Markt, das vollkommen unsicher ist und versucht eben damit Geld zu sparen. Das ist nicht auf Vibratoren beschränkt. Das haben wir mindestens im gesamten Bereich vom Internet der Dinge. Das Grundproblem hier hängt aber mit USB zusammen. USB ist, wie der Name schon sagt, universell und genau das hat Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist, wir können sehr viele Geräte über USB betreiben, doch wir wissen eben nicht, was genau drinsteckt. Ein USB-Stick zum Beispiel, der kann sich auch als Tastatur ausgeben und hat damit große Kontrolle über das System. Denn man kann zum Beispiel die Tastatureingaben des Nutzers einsehen, aber eben auch selber welche senden, womit man beliebig Code ausführen kann. Und das geht über die bekannten Windows-Probleme hinaus. Das haben die ja Jahre später abgeschaltet. Dieses Problem hier ist aber ein generelles von USB, weil es eben so universell ist und nicht spezifisch wie zum Beispiel SATA. Bei eSATA wüsste ich, da kann nur ein Speichergerät dran angeschlossen werden und keine Tastatur oder irgendwelche anderen Geräte. USB-Sticks sind daher schon länger ein Angriffsvektor. Das haben sich Angreifer zunutze gemacht, weil eben viele Menschen neugierig sind. Hier gab es mal eine Studie, in der man einfach USB-Sticks verteilt hat. Da haben 47 Prozent, nee 48 Prozent, sorry, haben die Sticks eingesammelt und in einen Computer angeschlossen. Also die Chance ist groß, dass wenn man einfach USB-Sticks mit Chartsoftware verteilt, dass die irgendjemand öffnet. All diese Probleme sind also längst real, unabhängig davon, ob dieser konkrete Einzelfall sich nun so abgespielt hat oder in irgendeiner Form verzerrt ist. Daher an dieser Stelle die Warnung, bevor ihr irgendwelche geschlossenen Drittanbieter Smart-Geräte kauft, überlegt, ob das wirklich sein muss, ob ihr euch den Gefahren aussetzen möchtet oder ob es da nicht Alternativen gibt. Gerade was USB angeht, sollte man generell Abstand davon nehmen, diese Geräte an Computer oder auch an andere Geräte wie zum Beispiel Handys anzuschließen. Für den Vibrator zum Beispiel hätte es ein Ladegerät vollkommen getan. Da gibt es nämlich dann gar keine Datenverbindung zum Computer. Wenn es dennoch unbedingt der PC sein muss, gibt es hier solche, die nennt man auch USB-Kondome, die eben die Datenleitung kappen. Am sichersten ist ja aber tatsächlich nur Geräte anschließen, die vertrauenswürdig sind und bei denen das Ganze auch erwünscht ist. Was haltet ihr von smarten Vibratoren oder auch anderen Sexspielzeugen, die dann irgendwie über Apps und Internet gesteuert werden können? Schreibt es gerne auf uLabs.de, ins Forum oder in die Kommentare. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal.